Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Jonas-R-Beta-Kanal-Video. Wir wollen heute nochmal über die neuesten News und Updates zum Thema Pluto sprechen. Und zwar vor allem über die neuen Limits, Gebühren und natürlich auch die neuen Karten. Eigentlich wollte ich zu der ganzen Sache erstmal gar kein neues Update-Video machen, nachdem ich nun aber schon sehr viele Anfragen erreicht habe, was ich zu den neuesten Änderungen sage, wie da meine Meinung ist, ob mir das gefällt und was ihr da vielleicht beachten müsst. Und ja nun auch schon der 25. ist und somit auch die neuen virtuellen Plutus-Karten auf dem Weg sind, dachte ich mir, setze ich mich nochmal hin, denn vor allem zu den neuen Karten gibt es schon einiges zu erzählen, was auch bei mir selbst heute schon für ziemlich viel Verwirrung gesorgt hat. Und nicht, dass ihr euch wundert, ich nehme das hier gerade am 25. auf, ihr werdet es sehr wahrscheinlich aber erst am 26. sehen. Und damit würde ich sagen, labern wir auch gar nicht länger herum, sondern legen direkt mal mit den neuesten Änderungen los. Und zwar geht es natürlich um diese Änderungen hier, die eigentlich jeder Plutus-Kunde auch in den letzten Tagen per Mail erhalten haben sollte und die hier am 19. August diesen Jahres in Kraft treten werden. Grundlegend sind das hier erstmal drei Stück, den mittleren kann man aber größtenteils außen vor lassen, denn der besagt nur, die Plutus-Decks wird ab jetzt Plutus-Swaps genannt, somit also nicht so relevant und wir werden uns hier vor allem auf diesen und diesen Punkt fokussieren und ich würde sagen, wir legen als allererstes mal los mit den erhöhten Card-Limits. Und was soll ich sagen, ich habe mir die hier mal angeschaut und nur wenn man sieht, dass hier das Daily Card Spending Limit, also das, was man täglich mit seiner Karte ausgeben kann, bereits bei 500.000 Euro ist, war für mich ziemlich klar, dass ich mir den Rest eigentlich nicht mal durchlesen muss, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier für 99,99% der Plutus-Kunden völlig ausreichen wird und hier niemand mit Problemen haben sollte. Solltest du das anders sehen, dann kannst du natürlich jetzt gerne Pause klicken und die hier alles nochmal genauer anschauen. Meiner Meinung nach reicht das hier aber wirklich für nahezu jeden völlig aus. Das sind mit die höchsten Limits, die ich überhaupt jemals gesehen habe und mir persönlich würde wahrscheinlich überall ein Zehntel davon reichen. Dementsprechend machen wir nun auch direkt mal mit dem nächsten Punkt weiter und zwar den neuen Gebühren. Und auch da habe ich mir das Ganze hier mal ein bisschen angeschaut und bin ehrlich gesagt nicht so wirklich auf tatsächliche Änderungen gestoßen, außer natürlich auf diesen Punkt hier, der auch der wahrscheinlich von allen am meisten diskutierte ist. Und zwar wird es von nun an, beziehungsweise vom 19. August an, eine Gebühr geben, welche du bezahlen musst, wenn du hier lange inaktiv warst. Mit anderen Worten, du musst die Karte hier wirklich ein ganzes Jahr lang einfach nur rumliegen lassen und nicht einmal nur einen Cent ausgeben, damit du dann 10 Euro pro Monat zahlen musst, was jetzt auch noch nicht mal so viel ist. Und meiner Meinung nach, wenn du wirklich vorhast, die Karte ein Jahr lang nicht einmal zu benutzen, dann schließe einfach dein Account, kündige hier dein Konto, denn dann scheinst du es ja auch wirklich nicht zu brauchen. Denn dementsprechend, nachdem mir tatsächlich überraschend viele Leute nach meiner Meinung zu diesem Punkt gefragt hatten, nein, ich finde es nicht toll, trotz alledem aber auch nicht allzu schlimm, da wir hier halt wirklich von 12 Monaten sprechen und nicht irgendwie von 30 Tagen oder so. Also alle Leute, die jetzt hier irgendwie darauf warten, dass man demnächst wieder sein Cashback direkt in Euro auszahlen kann und deswegen Plutus aktuell vielleicht nicht nutzen, ihr seid davon erst mal nicht betroffen, denn wenn das sich wirklich noch 12 Monate ziehen sollte, dann haben wir sowieso ein ganz anderes Problem. Ich würde also sagen, wir machen direkt mal weiter mit dem nächsten Punkt und zwar mit den neuen Plutus-Karten von Modula. Und was soll ich euch sagen, heute ist der 25. und am liebsten hätte ich euch natürlich bereits meine neue Karte in die Kamera gehalten, leider Gottes ist mir das aber nicht möglich, da die Karten anscheinend Stück für Stück rausgegeben werden und nicht jeder heute bereits seine neue Modula-Karte erhalten hat. Genauer genommen habe ich das Gefühl, dass wenn überhaupt erst 10% die neue Karte haben, glücklicherweise ist aber auch jemand aus unserem Discord mit dabei und deswegen kann ich euch zumindest zeigen, wie das denn so aussehen wird. Der gute Mann hat hier nämlich freundlicherweise heute mal einen Screenshot reingeschickt, scheint nämlich auch der Einzige aus unserer gesamten Community zu sein, der bisher tatsächlich schon eine Karte erhalten hat, deswegen big Shoutout an der Stelle und falls du übrigens noch nicht bei uns auf dem Community-Discord bist, was läuft eigentlich schief bei dir, check unbedingt mal den Link dazu unten in der Videobeschreibung aus und das ist natürlich auch völlig kostenlos und einfach nur ein Raum, wo wir uns gegenseitig austauschen können und vor allem auch gegenseitig helfen können. Deswegen hier nochmal vielen Dank für den Screenshot und so scheint denn diese virtuelle Karte auszusehen. Ihr seht es hier schon, die ist ein bisschen lilaner und nicht ganz so blau. Hier oben steht Virtual, ich denke mal, das ist hier ein Screenshot von einem Android-Gerät, zumindest sieht es bei mir auf dem iPhone generell völlig anders aus und naja, hier die Kartdetails, die werde ich euch natürlich nicht zeigen beziehungsweise die hat ihr hier nicht reingeschickt, dafür aber ein paar weitere Zusatzinfos gegeben, die ich euch auf jeden Fall auch mitteilen möchte, auch wenn sie nicht so toll klingen. Und zwar hat der gute Mann heute versucht, die Karte bei Google Pay und auch bei Curve zu hinterlegen und anscheinend hat beides leider nicht funktioniert. Daraufhin hat er dann auch nochmal bei Plutus in der Telegram-Gruppe oder auf dem Discord nachgefragt und das Problem scheint wohl definitiv kein Einzelfall zu sein. Mit anderen Worten, scheint es hier wohl wirklich noch einige Startprobleme zu geben, also wundere dich nicht, falls du in den nächsten Tagen auch deine Karte bekommen solltest, falls sie dann halt immer noch bestehen. Ich gehe aber hier wirklich davon aus, dass man das ziemlich schnell in den Griff kriegen wird, denn immerhin sprechen wir von den mitwichtigsten Funktionen, die meiner Meinung nach sogar nochmal wichtiger sind, als zum Beispiel die Auszahlung des Cashbacks direkt in Euro. Ansonsten wüsste ich aber gar nicht, was ich noch großartig dazu sagen sollte. Immerhin haben wir ja auch noch die alte Karte, zumindest bis Mitte August glaube ich. Also falls es noch nicht gehen sollte, auch in ein, zwei Wochen noch nicht gehen sollte, können wir auch immer noch die nutzen. Ich würde also sagen, wir sind auch erstmal durch mit dem heutigen News- und Update-Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr eure Karte bereits erhalten habt und natürlich werde ich euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten. Was jedoch dieses Thema angeht, werde ich wahrscheinlich kein Update-Video machen, sondern euch einfach einen Kommentar unten anpinnen, wo ich da einfach reinschreibe, ob ich meine Karte bereits erhalten habe und wie es mit dem aktuellen Stand der Google, Apple Pay und Curve-Probleme aussieht. Damit also Schluss für heute. Falls dir das Video gefallen hat und du in Zukunft keine neuen Videos mehr verpassen möchtest, dann lass unbedingt ein Like und ein Abo da. Das hilft mir auch wirklich ungemein. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video.